Einen schönen guten Abend hier in der Teams-Tronach-Akademie. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen im Namen der ganzen Akademie, im Namen des Teams zur heutigen Veranstaltung und ich freue mich oder wir freuen uns, dass wieder so viele neue Gesichter gekommen sind. Das Thema der heutigen Veranstaltung, heute geht es um Donald Trump und den Machtkampf, den die alten Eliten gegen Donald Trump und die sogenannten Rechtspopulisten führen in den USA und zum Teil auch in Europa. Und wir haben uns eingeladen, den Herrn Martin Lichtmess, was mich besonders freut. Für diejenigen, die Martin Lichtmess noch nicht kennen, Martin Lichtmess ist Publizist und Übersetzer. Er schreibt regelmäßig für die deutschen Zeitschriften eigentümlich frei und für die Sezession. Bücher, sein aktuellstes Buch ist die Hierarchie der Opfer herausgekommen im Februar 2017, also ganz neu. Weitere Bücher kann nur ein Gott uns retten, ich bin nicht Charlie, besetztes Gelände und die Verteidigung des eigenen. Und er hat auch Beiträge für die Bücher der Akademie geschrieben, für unsere Sammelbände. Zum einen für das Buch Infantilismus, das gibt es schon länger im Handel. Und für Populismus, das kommt jetzt gerade in diesen Tagen in den Buchhandel, auch da ist ein schöner Beitrag von Martin Lichtmess drinnen. Und Martin Lichtmess ist nicht nur Autor, sondern auch Übersetzer. Er übersetzt Bücher aus dem Französischen und aus dem Englischen. Dazu gehört der Klassiker von Jean Raspail, das Heerlager der Heiligen. Jack Donovan, der Weg der Männer aus dem amerikanischen und aus dem französischen. Revolte gegen den großen Austausch von Renaud Camus, dieses schöne Buch. Eines vorweg noch bitte, Handys leise oder noch besser ausschalten, weil das stört dann die Funkstrecke und die Veranstaltung. Ja, ich würde sagen, dann legen wir gleich los. Vielleicht noch vorstellen, neben mir sitzt noch der Christian Günther, der Finanzreferent der Akademie. Wir beide werden sozusagen die Stichwortgeber und die Interviewer von Martin Lichtmess sein. Und vielleicht noch mal eines vorweg, dieses Gespräch wird aufgezeichnet und das wird dann auch in Buchform erhältlich sein demnächst. Das wusste ich gar nicht. Was, funktioniert das? Ja, okay, gut. Okay. Dann legen wir los. Donald Trump, seit 20.01.2017, 20. Jänner im Amt. Die Bilanz der Mainstream-Medien der Europäischen ist ziemlich katastrophal ausgefallen. Zum Beispiel der Spiegel hat getitelt Big Loser. Also alles, was der Trump macht, wurde irgendwie negativ dargestellt. Martin, wie ist deine Bilanz der ersten Wochen von Donald Trump im Amt? Ja, ich möchte darauf hinweisen, dass hier läuft das gerade. Wir haben hier hinten so ein schönes, so eine Dia-Show mit dem Worst of der Anti-Trump-Schlagzeilen. Einige davon sind wirklich sehr lustig. Ich habe das vorhin zum ersten Mal gesehen. Da kriegt man so einen Eindruck, wie gerade so diese Anti-Trump-Hetze, kann man es schon nennen, gerade wirklich durch sämtliche Medien gepeitscht wird und wie da eigentlich auch so überhaupt, wie man da offenbar überhaupt auch keine Grenzen kennt. Das fing ja schon an damals, ich habe mir das aufgehoben, schön historisch, das fing ja schon an kurz nach der Wahl. Da gab es dieses herrliche Cover vom Spiegel, das Ende der Welt, wo der Trump wie so ein Komet kommt und so die kleine Weltkugel verschlingt. Und das war so ganz grausige Weltuntergangsstimmung, damals eben so unter, sage ich mal, nicht allen. Also mir ging es anders damals. Ich habe mich ja damals sehr gefreut mit dieser Wahl. Ich habe das auch nicht erwartet, dieses Ergebnis. Am Vorabend, da hatte ich ja noch so richtig Sorge, dass ich am nächsten Tag aufwache und der Antichrist ist gewählt. Und dann habe ich diese Nacht da kaum schlafen können und am nächsten Tag kam halt das Happy End. Es ist lustig, wenn ich sowas sage, weil nämlich eben für diese Leute, die diese Covers entwerfen, natürlich genau das Gegenteil zutrifft. Also wir haben ja so eine starke Diskrepanz in den Wahrnehmungen. Wir haben da so einen richtigen Riss. Also manche sprechen dann eben auch von einer Polarisierung. Und ja, man kann sagen, dass die Medien nicht gerade dazu beitragen, das irgendwie deeskalieren zu lassen und auf eine vernünftige Basis zu heben. Hier ist noch ein zweites Cover, ist auch schon ein Klassiker, kennen viele. Das war, wann war das? Ja, am Anfang Februar. Das war kurz nachdem Trump diesen sogenannten Muslim Ban erlassen hat, was jetzt auch keine besonders zutreffende Bezeichnung ist. Also hier nicht. Man hat ihn so dargestellt wie so einen ISIS-Kämpfer, der da so die State of Liberty enthauptet hat und mit diesem Hauptprang. Also man hat ihn eben da so auf eine Stufe mit islamischen Terroristen gestellt. Und warum? Das war eben eine seiner seiner ersten recht kontroversen Taten, dass er da eben versucht hat, einen Einreisestopp für eine bestimmte Zahl von islamischen Ländern durchzusetzen, von denen aus Terrorgefahr besteht. Komischerweise war Iran drauf, aber Saudi-Arabien war nicht drauf. Das sind auch so Dinge. Jedenfalls diese Geschichte konnte er ja nicht durchboxen. Und die Liste dieser Länder ging noch auf die Obama-Administration zurück. Aber hier konnte man schon so klassisch studieren damals, diese Diskrepanz zwischen dem, was da eigentlich geschehen ist und was da eigentlich die Absicht war, und dem, wie es dann in den Medien repräsentiert wird. Also dass es da einen riesen Aufschrei gab. Also Trump will jetzt überhaupt keine Moslems mehr einreisen lassen. Und Trump will die amerikanischen Werte, die damit zu tun haben, dass Amerika ein Einwanderungsland ist, vernichten. Und darum eben so diese Enthauptung der State of Liberty. Und das alles hatte natürlich kaum eine Basis. Also ich würde sagen, diese eine Geschichte war eine der auffälligsten Aktionen, die er gesetzt hat. Sie war auch ein bisschen ungeschickt angegangen, muss ich sagen, wie vieles, was er jetzt auch in den ersten Monaten gemacht hat. Aber immerhin das Sympathische für mich daran ist, dass er offenbar bemüht ist, seine Wahlversprechen auch umzusetzen. Und da hat er eben inzwischen so eine Maßnahme nach der anderen rausgeballert, die die Linken in Amerika halt wahnsinnig ärgern, die mal so oder so funktionieren. Also vieles von dem, was er da jetzt initiiert hat, ist ja schnell auch wieder versandet oder niedergedögelt worden. Und wir sehen auch in Amerika, dass die Reaktion von den Linken oder den Trump-Gegnern zum Teil unglaublich hysterisch ausgefallen ist. Also auf eine wirklich absurde Weise. Es gibt dort auch inzwischen schon sowas wie eine Antifa, auch wie bei uns. Also man braucht es nur mal auf YouTube eingeben, Trump-Supporters-Attack, man findet dann Dutzende Videos, wo man sehen kann, wie schon im Lauf des Wahlkampfs und jetzt auch nach seinem Amtsantritt Trump-Anhänger niedergeschlagen werden oder Autos beschädigt, Scheiben eingeschlagen. Also alle möglichen Arten von Terror ausgeübt wird. Eine der heftigsten Geschichten war vielleicht die Krawalle, die in Berkeley in dieser Universität in Kalifornien stattfanden. Als dort nämlich der Milo Janopoulos auftreten sollte. Das ist eben ein sehr schillernder, sage ich mal, Trump-Unterstützer, der eben auf die Trump-Gegner extrem provokativ wirkt. Also das ist so ein, vielleicht kennen den einige, so ein Typ, der eben offen schwul ist, aber gleichzeitig so stark Trump unterstützt und auch diese homosexuellen Community kritisiert und die Feministen kritisiert. Und der sollte dort auftreten und dann gab es aber riesen Krawalle von Antifa, also die, die eben versucht haben, diesen Auftritt zu verhindern. Und also wir sehen, dass es so mit der Meinungsfreiheit auch in Amerika ein Problem ist. Und auch kurz nach der, ich glaube es war am Tag nach dem Amtsantritt von Trump, fand in Washington statt so dieser große Protestmarsch, das nannte sich der Women's March on Washington. Und wenn man sich diese Geschichte anschaut, dann zweifelt man nicht mehr, dass Amerika längst im Stadion der Dekadenz ist. Also so etwas Bizarres und Absurdes hat man wohl noch nie gesehen. Es gab da einfach eine Riesendemonstration, die so unter feministischen Vorzeichen organisiert wurde. Warum, weiß ich nicht genau, weil der Trump halt angeblich ein, was ich, Frauenfeind ist und ein Sexist. Und weil es eben so politisch korrekt oder feministisch korrekt ist, als Frau gegen den Trump zu sein, so wird suggeriert. Wurden da halt massenweise Demonstranten und Demonstrantinnen organisiert, von denen man eigentlich, also die wahrscheinlich auch gar nicht selber wissen, wogegen sie da jetzt demonstrieren. Also Frauen haben in Amerika alle Rechte, alle Möglichkeiten, aber das Ganze wurde so eine ganz eigenartig bizarre und auch auffallend obszöne Nummer, dass da so Demonstrantinnen kamen. Die waren da so als, naja, Vulven verkleidet und hatten da so Reden geschwungen, in denen viel geflucht wurde und in denen dann auch so abgehaftete Popstars kamen wie Madonna. Und das Ganze war einfach so, man kann sich daraus, YouTube war schon eine unglaublich bizarre Nummer. Und was aber noch bizarrer ist, ist, dass eine der Hauptorganisatorinnen eben eine Muslimin ist, die auch mit Kopftuch rumrennt, die sich auch irgendwie für die Scharia ausgesprochen hat und so weiter. Also da finden so ganz merkwürdige Allianzen statt, also von extremen radikalen Feministinnen und Muslimen, wo man nicht genau weiß, auf welcher Seite stehen die eigentlich, was wollen sie. Es ist so eine Art Kulturkampf und es ist auch so eine Eskalation dessen, was man in Amerika nennt, die Identity Politics. Darauf werde ich vielleicht noch zu sprechen kommen. Aber dieser Women's March ist einfach so ein Beispiel, dass die Reaktionen auf Trump also in erster Linie emotional waren, regressiv waren. Also Gewalt ist natürlich ein großes Thema, das sind auch Dinge, davon wird man bei uns wenig lesen. Also falls das jemand gesehen hat, vor einem Monat, als ich da beim Talk im Hangar gesprochen habe, beim Servus TV, da war ich mit dem Herrn Wilimsky so gegen zwei Opponenten. Einer war Herbert Lackner vom Profil und als wir erwähnt haben, dass es in Amerika eben Antifa-Ausschreitungen und Gewalt gegen Trump-Anhänger gibt, hat er nur so unglaublich gelegt. Ja, so erzählen sie keine Märchen mehr. Und das ist halt irre, also wir haben es halt mit einer totalen Desinformation zu tun und auf der anderen Seite der Blase gibt es einfach eine ganze Menge Tatsachen, die man nicht wahrhaben will. So, jetzt habe ich schon mal irgendwie so eine Weile losgaloppiert, bevor ich hier endlose Monologe halte. Wollen wir vielleicht auf irgendwas Konkreteres zu sprechen kommen? Ja, vielleicht, ich bin immer so gerne der Typ, der das auf die österreichische Realität herunterbricht. Was sehr interessant ist, wenn man die österreichischen Medien beobachtet, wie die mit Trump umgehen oder mit dem Phänomen Trump umgehen, ist ja, dass man versucht, diese Historie, diesen Hype weiterzutragen. Und ich weiß nicht, wer es vielleicht heute in der Früh gehört hat, das Morgensjournal, die Konrena Wospanik und der Christian Hunger haben einen Vertreter der Wiener Wirtschaftskammer interviewt, was denn der Trump für eine Auswirkung hätte quasi in der Wirtschaftspolitik für Österreich. Und das war dann wirklich typisch österreichisch, der war sehr relaxed und sehr entspannt von der Wirtschaftskammer und hat gesagt, ja, quasi es wird nicht viel passieren, weil der Trump ist in Wirklichkeit ein Wirtschaftsmann, ein Geschäftsmann, der wird seine Geschäfte machen und sie erwarten sich eigentlich nichts Besonderes, das heißt, sie werden ihre Geschäfte weiterführen. Also da wurde vom ORF versucht, diese Historie bis hineinzutragen in die Direktbetroffenen, aber die Direktbetroffenen sind dann eigentlich sehr ruhig und sehr relaxed. Jetzt vielleicht eine ganz einfache Frage, was treibt eigentlich die Medien oder speziell, ich sage mal, die Mainstream-Medien dazu, den Trump so zu dämonisieren, obwohl in der quasi heruntergebrochen auf die Realität, auf die pragmatische wirtschaftliche Ebene, die Leute sehr unaufgeregt sind. Warum sind die Medien so aufgeregt? Also ich habe den Eindruck, die Medien in Europa und natürlich auch bei uns kopieren da eigentlich völlig distanz oder kritiklos das amerikanische Vorbild. Also man weiß, dass die amerikanischen Medien Trump gegenüber extrem feindselig waren und sind. Das war ja auch eines der großen, sage ich mal, Wunder seines Wahlsieges, dass er trotz dieser extremen Medienfeindlichkeit ihm gegenüber und nicht nur das, halt eben auch der Feindlichkeit des in Amerika herrschenden Establishments, also das bedeutet sowohl der demokratischen als auch der republikanischen Partei, als deren Kandidat er ja angetreten ist, dass er trotz dieser extremen Feindseligkeit also den Wahlsiegerungen hat. Und die Medien sind nicht zufällig so gereizt gewesen nach seinem Sieg, weil sein Sieg auch bedeutet hat, dass sie einen Großteil ihrer Macht verloren haben. Also die Macht, die Meinungen zu beeinflussen und offenbar ist es auch so und Sie scheinen nichts davon gelernt zu haben, dass diese Art von so extrem maßloser Überzeichnung, dass das eben auch nach hinten losgeht für viele Leute. Also wir leben ja nicht umsonst in der Zeit, wo so der Begriff der Lügenpresse oder der Lückenpresse oder so aufgekommen ist. Also diese ganze Trump-Bewegung oder auch generell das Phänomen Rechtspopulismus, wo man ihn ja auch einreihen kann, meinetwegen, hat auch etwas zu tun mit einem Vertrauensverlust in die Medien. Und die Medien, kann man sagen, werden eben von Leuten geführt, die größtenteils, also die sich heute mehr oder weniger als Art hohe Priester einer Art Ideologie sehen. Also ich nenne es eben Globalismus, also etwas, was Trump eben auch als Schlagwort eingebracht hat. Also dass die meisten Journalisten eben so kosmopolitische, globalistische, weltoffene, sagt man, die grenzenöffnende Werte, linksliberale Werte vertreten. Und dass sie aber auch inzwischen sich schon längst nicht mehr in der Rolle sehen, jetzt objektiv zu berichten über das, was geschieht, also zu informieren, sondern dass sie sich so als Erzieher sehen, als hohe Priester. Und das fällt natürlich besonders auf, wenn man so den Spiegel, diese Spiegelkabers sieht. Ich habe ja noch das aktuelle Profil mitgebracht, das ist eine ähnliche Nummer da, so unserer aller Lieblingszeitschrift, zerstört diese Frau Europa. Und ja, aber das Ja steht so gleich darunter, nicht? Also keine Fragen, man braucht den Artikel nicht lesen. Das ist natürlich ein Tenor. Und jetzt natürlich, also mir geht es jetzt so, als jemand, der dieses Unser Europa, wer ist denn dieses Unser, wer spricht denn da? Wir sehen halt immer wieder diesen gleichen Trick, dass die Europäische Union Brüssel gleichgesetzt wird mit Europa. Jemand, der die Europäische Union kritisiert, ist europafeindlich. Und man tut so, als ob die Krise, in der die Europäische Union sich befindet, nur mit den bösen Rechtspopulisten zu tun hätte. Also wenn diese Bösewichter und Störenfriede nicht wären, dann wäre alles in Ordnung, dann wird das Ganze wie geschmiert funktionieren und dann würden wir vielleicht im multikulturellen Utopia leben. So ungefähr ist die Idee. Und klar, wenn man diese Dinge anders sieht, dann muss man lange suchen, bis man Medien findet, die das repräsentieren. Denn mir geht das dann auch so, ich schlage die Kronenzeitung auf und da steht irgendwie so, wer kann Marine Le Pen stoppen? Ich sage, ich will sie gar nicht stoppen, ganz im Gegenteil. Aber es gibt eben kaum Medien, die das repräsentieren. Und ja, in den USA gibt es natürlich schon so Gegenbewegungen. Am bekanntesten ist natürlich das Netzwerk Breitbart, also benannt nach dem Gründer Andrew Breitbart, der eben seit Anfang der 2000er begonnen hat, ein konservatives Mediennetzwerk aufzubauen, der eben erkannt hat, dass die Medien eine Stärke der Linken sind oder der Linksliberalen. Also, dass das eben alles so in demokratischer Hand war, dass die Republikaner da aber eher schwach waren, so sich in den Medien zu repräsentieren. Es gab da in den 90er Jahren so konservative Talkshow-Hosts, Sean Hannity und solche Sachen, die waren so Pioniere. Und das Modell Breitbart ist inzwischen sehr, sehr einflussreich. Also eben berüchtigt ist natürlich der Steve Bannon, der einer der wichtigsten Berater von Trump ist, der war so Chefredakteur von Breitbart, so quasi der Thronfolger von dem verstorbenen Breitbart. Also man merkt, dass da eben auch so eine Verschiebung stattfindet. Bei uns sehe ich das noch nicht, aber wir bauen langsam auch hier alternative Medien auf. So, ja. Ja, vielleicht gleich. Warum ist Trump überhaupt zum Präsident gewählt worden, wenn man die Medien damals verfolgt hatte, man hat den Eindruck, die Clinton gewinnt hauch, haus hoch. Und nachdem er gewonnen hat, waren alle plötzlich ganz überrascht. Und es hatte dann sehr viele linke Verschwörungstheorien gegeben, unter anderem, dass ein geheimer Algorithmus auf Facebook Trump die Amerikaner verzaubert hat, sozusagen. Was ist aus deiner Sicht? Nein, die Russen waren es natürlich. Ja, Putin auch natürlich. Die haben irgendwie, naja, Spaß. Also das ist jetzt die Verschwörungstheorie, die in Umlauf kommt. Das ist auch ganz absurd. Die Russen sind an allem schuld. Russische Hacker haben die Wahl manipuliert. Okay, da reden wir vielleicht nachher noch drüber. Aber diese Frage, warum, was ist eigentlich der Appeal gewesen von Trump? Was sind die Gründe, dass er gewählt worden ist? Ich habe hier mitgebracht, so seine Antrittsrede. Aus der lese ich vielleicht ein paar Stellen vor. Es ist ja so, Trump wird ja in unseren Medien immer so als der Verrückte dargestellt. Als der so haltlose, egozentrische Irre. Und er hat natürlich auch ein bisschen was Egozentrisches. Und auch etwas Exzentrisches. Er ist eigentlich ein Medienmann. Er kommt ja nicht aus der Politik. Also er ist ihm aus der Wirtschaft und aus den Medien bekannt. Also er war so Star von einer Reality-Show. Und er hat so ein Show-Element an sich. Aber was an ihm auch faszinierend ist, ist, dass er unglaublich schlagfertig ist. Dass er einen sehr schwarzen Humor hat. Das merken viele auch gar nicht. Und er hat das zum Beispiel sehr gut genutzt in den sozialen Medien auf Twitter. Also er hat jetzt auf Twitter 20 Millionen Follower. Und er sagt, ja warum muss ich mit der Presse reden, wenn ich ja mit den Leuten direkt kommunizieren kann. Und seine Tweets werden eben auch von seinen Feinden wie so ein täglich Brot aufgesogen. Und dort leistet er sich eben viele Provokationen, die aber gezielt sind. Aber was oft untergeht, ist, dass der Trump einfach oft wirklich grundvernünftige Dinge sagt. Also die dann aber bei uns dann nicht so große Rolle spielen. Ich gebe hier zwei Beispiele. Also eines war zum Beispiel faszinierend. Da gab es ein Interview mit dem Fox. Das ist so der eher konservative republikanische Sender. Und da ging es um die Frage zum Verhältnis zu Putin. Das wird ihm ja oft vorgeworfen oder angekreidet, dass Trump eben einen Ausgleich mit Russland, mit Putin sucht. Ganz im Gegensatz zu Hillary Clinton, die da ja mehr so ein Russland-Kriegshetzer war. Und man versucht ihn ja auch ein bisschen als eine Marionette von Putin hinzustellen. Als eine Art Landesverräter und so weiter. Und eben der Interview hat ihn gefragt, ob er Putin respektiert. Und Trump sagt ja. Und dann kam der Interview und hat gesagt, aber Putin, das ist doch ein Killer. Also der hat dort so ein Image, als wäre er, was weiß ich, Khomeini oder irgend sowas. Und dann hat Trump verblüffenderweise geantwortet, es gibt viele Killer. Wir haben viele Killer. Was glauben Sie, ist unser Land so unschuldig? Schauen Sie, was wir auch getan haben. Auch wir haben viele Fehler gemacht. Und ich finde das einfach ein vollkommen faszinierendes Eingeständnis von einem amerikanischen Präsidenten. Und ja, für mich ist das eben auch eines der positivsten Dinge von seinem Amtsantritt oder eben seiner Präsidentschaft, dass er zumindest die Absicht kundgetan hat, dass er in der amerikanischen Außenpolitik ganz gravierende Fehler korrigieren will. Vor allem so die interventionistische, globalistische Linie, die eben dazu geführt hat, dass wir diese Kriege hatten, eben Irak, Syrien, Libyen, die nicht zuletzt die sogenannte Flüchtlingskrise losgestoßen haben. Und hier ist halt, finde ich, eine große Hoffnung, wenn er es wirklich schafft, diesen Kurs einzulegen, dann muss man das unbedingt positiv sehen. Und ein zweites Beispiel für ein Zitat von Trump, das sehr vernünftig klingt, ist, viele haben mitgekriegt, er hat jetzt Merkel getroffen und da sind diese Fotos so umgegangen, wo sie so ein bisschen so komisch nebeneinander sitzen und die Merkel fragt, soll man die Hand schütteln und er sitzt da wie so ein kleiner schmollender Junge und reagiert nicht auf sie. Ist sehr lustig, ja. Und er hat gesagt, also ich glaube auf der Pressekonferenz, als Merkel da war, Immigration is a privilege, not a right, and the safety of our citizens must always come first. Er hat gesagt, Einwanderung ist ein Privileg, kein Recht und die Sicherheit unserer Bürger muss immer zuerst kommen. Und das war natürlich ganz dick der Merkel unter die Nase gerieben und an ihre Adresse gerichtet. Und wenn man so etwas liest, denkt man sich, gut, die Merkel wird halt von den gleichen Medien, die Trump als so ein irres Monster repräsentieren, als so der letzte Leuchtturm der freien Welt beschrieben. Also eine Frau, die einfach unglaublich verantwortungslos gehandelt hat und die Folgen ihres Handelns, die beginnen sich erst jetzt bemerkt zu machen und dem gegenüber steht Trump mit solchen Aussagen. Und wenn ich mir jetzt so seine Antrittsrede anschaue, da ist vieles drin, warum er versteht, warum er gewählt worden ist. So, ich lese mal kurz ein bisschen was vor. So, er sagte, Zu lange hat eine kleine Gruppe die Vorteile der Regierung genossen, während das Volk die Kosten zu tragen hatte. Washington florierte, aber das Volk hatte keinen Anteil an diesem Reichtum. Politikern ging es immer besser, aber die Arbeitsplätze verschwanden und die Fabriken schlossen. Also hier spricht ein ganz wesentliches Thema an, also das eben auch in Europa eng mit dem Aufstieg des sogenannten Populismus zusammenhält, dass es offenbar einen immer größeren Abstand gibt zwischen den Eliten und zwischen der Bevölkerung. Und unser sehr verehrter Sebastian Kurz hat dieses Thema neulich auch angesprochen. Da hat er gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht so viele Tabus entwickeln, über die nur die Rechtspopulisten sprechen dürfen. Es gäbe einen Gap, hat er ausgedrückt, also eine Kluft zwischen Eliten und Bürgern. Wir haben ein wahnsinniges Problem mit Political Correctness. Also das müsste man noch genauer betrachten, inwiefern die Political Correctness zu diesen Eliten gehört und was sie irgendwie in diesem Kontext bedeutet. Aber eben hier spricht Trump davon, dass da eben offenbar eine Elite sich immer mehr abgekoppelt hat vom Rest von Amerika. Und damit, er ist auch bestätigt durch die Wahl. Das ist eben genau dieses Flyover America, sagt man, so zwischen Ost- und Westküste, wo halt für den amerikanischen Großstaatliberalen nur die Hillybillys und die Rednecks leben, die halt nichts mitzureden haben sollen. Und auf der Kosten, also von eben der Bevölkerung, die eben nicht an dem Erfolg der Eliten teilhat, ist eben Washington floriert. Witzigerweise, man kann das ja auch studieren, wenn man sich diese großartige Serie anschaut, House of Cards. Ich hoffe, die kennen einige. Die ist wirklich sehr gut. Da kann man auch sehen, ist sehr gut beschrieben, wie diese Elite in Washington funktioniert. Also so eben als eine Elite, die im Grunde nur mehr um einen eigenen Machterhalt dreht. Das hat er eben angesprochen. So, weiter die Rede von Trump. Das Establishment schützt sich selbst, aber nicht die Bürger dieses Landes. Genau das Gleiche könnte man auch auf, sei mal, Deutschland oder Frankreich anwenden. Und vielleicht auch in einem begrenzten Ausmaß auf Österreich, wobei wir doch in einer anderen Lage sind. Ihre Siege waren nicht eure Siege. Das ist so die Sprache zum Volk, also nicht der populistische Tonfall. Ihre Triumphe waren nicht eure Triumphe. Und während sie in der Hauptstadt der Nation feierten, hatten die bedrängten Familien überall in unserem Land wenig zu feiern. Also, und dann spricht er eben davon, jetzt ist dieser Moment, wo die Macht übergeben wird. Und dann sagt er aber, die Macht wird jetzt wieder in die Hände des Volkes zurückgegeben. Ja, also das ist so sein großes Versprechen zu sagen. Also ich bin jetzt derjenige, der euch die Macht zurückgibt. Ich bin derjenige, der sich quasi um euch kümmert. So, natürlich ist offen, ob er dieses Versprechen halten kann. Natürlich ist hier berechtigte Kritik angebracht, ob das nicht nur eine demagogische Nummer ist, ob da am Ende auch was anderes rausschaut. Aber wenn man sich das durchliest, versteht man, warum er diesen großen Appeal hatte. Hier heißt es, die vergessenen Männer und Frauen dieses Landes werden nicht länger vergessen sein. Jeder hört ihnen jetzt zu. Sie sind zu Dutzenden Millionen zusammengekommen, um an einem historischen Moment teilzunehmen, wie die Welt seinesgleichen noch nie zuvor gesehen hat. Gut, das ist natürlich so sein bisschen immer sehr protziges, großsprecherisches Gerede. So, und dann spricht er eben verschiedene Dinge an. Also so die Arbeitslosigkeit, der Verfall der Industrie, eben ein großes Anliegen von ihm. Nicht, dass er so versucht, dieses Outsourcing der Industrie zu stoppen, Arbeitsplätze zu schaffen. Also, dass eben so das Land wieder eine produktive Kraft wird. Und das Bildungssystem spricht da an, das Verfallende, die Kriminalität und so weiter. Und er spricht vor allem auch die Frage an, was wird die Nation zusammenhalten? Was bedeutet das, wenn man sagt, make America great again? Also, offenbar hat er da auch einen Nerv getroffen, dass viele Amerikaner das Gefühl haben, irgendwas stimmt nicht mehr. Ja, ich meine, wir sind zwar immer noch de facto eine Supermacht, aber wir sind offenbar im Abstieg begriffen. Vor allem auch innerlich scheint da so ein starkes Gefühl zu sein von einem Verfall. Und man muss auch sagen, dass natürlich auch in Amerika die Politik des Multikulturalismus zu einer Zersplitterung der Gesellschaft geführt hat. Wir haben vor allem diesen Einfluss von Latinos und Hispanics, die da zum großen Teil illegal nach Amerika einwandern. Also, das große Problem der illegalen Einwanderer, das ist ja auch ein Thema von Trump. Wo wir dann so in Teile von USA, Kalifornien zum Beispiel, die schon mehrheitlich Latino, man spricht dort nur mehr Spanisch. Also, wie schon vor 200 Jahren so war, die Rassenprobleme sind sehr groß. Das wäre auch ein ganz eigenes Thema. Die sind unter Obama noch ganz besonders hochgejagt worden, obwohl die Obama-Administration das Gegenteil versprochen hat. Und natürlich ist es auch so, das bemerken auch viele Kommentatoren, dass so die tragende Schicht, also die ursprünglich historisch tragende Schicht von Amerika, die weißen Amerikaner, dass die bald in einer Minderheit sein werden. Also im Jahr 1960 war Amerika noch 90 Prozent weiß, meistens auch in der Form des Anglo-Saxon-Protestant. Jetzt sind es noch 60 Prozent. Im Jahr 2040 oder 50 werden die weißen Amerikaner in einer Minderheit sein. Und gleichzeitig sehen wir diesen Aufstieg der politischen Korrektheit. In Amerika auch genannt Identity Politics. Also das heißt, dass die Demokraten inzwischen halt vor allem ganz offensiv um die Stimmen von Minderheiten werben. Also das heißt eben so, die ganze Litanei wird dann abgespult. Die andere Seite ist dann homophob und rassistisch und xenophob und islamophob und alle Phobien, die man sich da halt denken kann. Das sind natürlich Vorwürfe, die eigentlich gegen jeden republikanischen Kandidaten kommen. Aber gegen Trump kamen sie halt besonders heftig. Und die Verlierer in diesem politisch korrekten Spiel sind dann natürlich vor allem so, oder bringen wir es auf so einen Punkt. Also der Buhmann in dem politisch korrekten Spiel, der am Ende übrig bleibt, das ist dann so quasi der weiße heterosexuelle Mann. Und vor allem auch der weiße heterosexuelle Mann der Arbeiterklasse. Und das ist so extrem überspannt worden in den USA. Und das hat inzwischen auch Extreme angenommen, die bei uns noch gar nicht vorstellbar sind, dass eben auch so der Trump da wie so ein frischer Wind reinkam und mit diesem ganzen Zeug aufgeräumt hat. Und gleichzeitig ist er aber auf gar keinen Fall der Rassist, dass der immer dargestellt wird. Also das ist ja auch völlig verrückt. Man sagt immer, der Trump ist der Rassist oder wie es heißt, der White Supremacist. Also das ist so immer das Schlagwort, aber es gibt keinen, nicht einen einzigen Anhaltspunkt dafür in dem, was er gesagt hat. Außer, dass er eben die illegale Einwanderung beschränken will. Oder dass er sagt, man soll den Islam nicht in Amerika stark werden lassen. Aber der Trump muss sich natürlich die Frage stellen, wie hält man jetzt eine Nation zusammen, die der zersplittet ist. Also in Rassen und Klassen und in politischen Lager. Die Polarisierung ist eben momentan extrem. Es ist viel extremer als noch zur Bush-Zeit oder auch zur Obama-Zeit. Und da hat er eben dann in der Rede gesagt, das Fundament unserer Politik wird die absolute Treue zu den Vereinigten Staaten von Amerika sein. Und durch Loyalität zu unserem Land werden wir die Loyalität zueinander wiederentdecken. Wenn man sein Herz dem Patriotismus öffnet, bleibt kein Raum für Vorurteile. Also er setzt auf so einen einigenden Patriotismus. Und dann spricht er auch natürlich zum großen Ärgernis der Linken die Bibel an. Die Bibel zeigt uns, wie gut und wohltuend es ist, wenn Gottes Volk in Einigkeit zusammenlebt. One nation under God. Das ist so der alte Slogan. Und hier heißt es, ein neuer Nationalstolz wird uns bewegen, unseren Blick heben und unsere Teilung heilen. Es ist an der Zeit, sich an die alte Weise zu erinnern, die unsere Soldaten nie vergessen werden. Dass egal, ob wir schwarz oder braun oder weiß sind, wir bluten alle das rote Blut der Patrioten. Sehr pathetische Sprache. Wir genießen alle die gleichen glorreichen Freiheiten und wir salutieren alle der gleichen großartigen amerikanischen Flagge. Und dem gegenüber könnte man stellen, so eine Aussage von einem der Köpfe der Opposition und Demokraten, dem Chuck Schumer. Eben ein wichtiger Congressman, der hat, bevor Trump angetreten ist zu dieser Rede, hat er irgendwie Folgendes gesagt zur Masse. Und das war quasi wirklich die letzten Minuten der Obama-Administration. Er hat gesagt, wir Amerikaner waren immer ein vorwärtsblickendes, problemlösendes, optimistisches, patriotisches und anständiges Volk. Egal was für eine Rasse, Religion, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität. Also witzig, er buchstabiert halt so alle Nummern durch, ob wir jetzt Immigranten sind oder native born oder halt eingeborene. Ob wir jetzt Behinderungen haben oder nicht, ob wir reich oder arm sind. Wir sind alle besonders in unserer gemeinsamen, feurigen Hingabe an unser Land. Und so, was ist der Unterschied zwischen den beiden Aussagen? Also der Schumer geht davon aus, von diesem Pluribus, diesen vielen, die da alle irgendwie eine große, bunte Vielfalt sind. Und das soll dann so zusteuern auf diese gemeinsame Hingabe an das Land. Und der Trump macht es genau umgekehrt. Er sagt, zuerst ist das Land. Zuerst ist unsere Idee, zuerst ist unsere Nation. Und von da aus erfolgt alles Weitere. Der Slogan, der E Pluribus Unum. Und diese Frage, wie dieses Unum aus dem Pluribus entsteht, das ist eben eine der großen Fragen. So, jetzt bin ich so ein bisschen abgewandert. Vorher aus könnte man noch vieles sagen zu dieser Sache. Also das ist ganz wichtig. Das wichtigste am Trump, finde ich, jetzt so für den politischen Diskurs, Entschuldigung, dass ich so ein Wort benutze, mir fiel gerade kein besseres ein, ist, dass er so verschlagwortet hat, eine politische Konstellation, die in den nächsten Jahrzehnten immer wichtiger werden wird. Also einer seiner griffigsten Wahlslogans war, wir dürfen nicht diesem falschen Sirenen-Song des Globalismus folgen, America first. Also das heißt, es wird so diese Diskrepanz geben zwischen dem Globalismus, also dem kosmopolitischen, ohne Grenzen, die Identität der Völkernationen auflösenden Globalismus und einer Art nationalistischen oder patriotischen Backlash. Und das ist für mich der Kern des sogenannten Populismus, dass da eben eine Überdehnung einer globalistischen Macht war. Das ist also bei uns personifiziert in der Europäischen Union, dass da jetzt eben die Nationen und Völker kommen und sagen, oder halt eben Teile dieser Völker kommen und sagen, nein, wir wollen wieder unsere Souveränität wieder haben, wir wollen selbst entscheiden und wir wollen nicht in diesem großen Einheitsbrei eingehen, der kontrolliert wird eben von Eliten, die keinen Zugang mehr haben zu uns, die so eine Art Elitenpolitik durchführen, die sie demokratisch nicht mehr in Frage gestellt sehen wollen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und ich glaube, an diesem Punkt müsste man auch unterscheiden zwischen Trump selbst und zwischen dem Trump-Phänomen, also die Frage, diese populistische Welle, die ihn hochgespült hat. Ich glaube nicht, dass das identisch ist. Also ich glaube, es ist momentan noch zu früh, ein historisches Urteil über Trump zu fällen. Wie gesagt, er macht viele Dinge, die Hoffnung geben. Auf der anderen Seite ist er auch ein Mann, der keine politische Erfahrung hat, der irgendwie meint, man kann ein Land wie ein Business führen, der vielleicht auch ein problematischer Charakter ist. Auf der anderen Seite hat er eben dieser populistischen Welle Ausdruck gegeben. Und genauso ist es dann auch in Frankreich oder in Deutschland oder eben auch bei uns in Form der FPÖ, dass da jetzt dieser Trend kommt. Und es ist eben kein Zufall, dass dieser Trend sich ganz stark an diesem Thema der Grenzen hochspielt. Also diese Frage, die immer dringender wird. Wir haben alle quasi diese Zusicherung, dass wir demokratisch mitreden dürfen. Wir haben irgendwie diese Behauptung, wir leben in Demokratien und das Volk ist zu souverän. Aber wir merken, dass Entscheidungen getroffen werden und getroffen worden sind, die über unsere Zukunft, über unser Leben, die ganze Existenz unserer Kultur, unserer Nation, unserer Völker auch entschieden haben, wo aber niemand irgendwie ein Wort hat mitreden können. Und klar, also auch die Entscheidung da von Merkel, die Grenzen zu öffnen und das ganze Land quasi zu fluten mit einer muslimischen Invasion, ist eben so ein Fall, wo da quasi gegen das eigene Volk entschieden worden ist. Und wo offenbar kein Widerspruch erlaubt ist. Aber das geht eben nicht mehr so weit. Und hier, glaube ich, liegt der wesentliche Punkt des populistischen Impulses. Also für mich eine sehr interessante Erkenntnis oder jetzt Feststellung ist oder war, dass man unterscheiden soll zwischen dem, was Trump ist und was er quasi losgetreten hat. Und Trump und sein Wahlkampf, sein Wahlkampf mit dem Slogan unter anderem auch die Forgotten People, ist ja ein Wahlkampf gewesen, Martin Lichtmesser hat es jetzt eh gerade geschildert, der ja die Leute im Herzen, im Kern getroffen hat. Und ich habe mir ein bisschen die Mühe gemacht und habe mir angeschaut, hat der Trump das jetzt quasi erfunden? Hat der Trump das in seinem, unter Anführungszeichen, Wahnsinn jetzt einfach aus sich herausgestoßen? Oder gibt es dafür auch Gründe? Und ich bin durch Zufall auf eine Studie der Princeton University aus Mitte 2015 gestoßen, die also eigentlich relativ lange bevor Trump Präsident wurde, veröffentlicht worden ist. Da geht es um quasi US-Politik dient nicht den Bürgern, sondern den Wirtschaftseliten. Und die Studie kommt zu dem lapidaren Schluss, die USA sind keine Demokratie mehr, weil politische Entscheidungen nicht mehr den Wünschen der Bürger, sondern Interessen einer kleinen Wirtschaftselite dienen. Kann man jetzt Trump quasi als Kristallisationspunkt einer sich nach oben drängenden, an die Oberfläche drängenden, ich weiß nicht, Eruption an Gefühl in der Bevölkerung bezeichnen? Oder ist Trump jetzt nur mehr der Auslöser oder nur mehr der Träger einer Welle? Oder ist Trump der Erfinder? Also ja, ich würde sagen, da war gerade irgendein Lärm. Also klar, ich würde sagen, dass der Trump nicht die Welle losgetreten hat, sondern dass die Welle schon lange am Anrollen ist und dass der Trump sehr clever sie genutzt hat. Und wobei man sagen muss, da ist so zur Zeit des Wahlkampfes auf YouTube auch ein Video kursiert, das so Interviews mit ihm kompiliert hat aus über 30 Jahren. Also das fing an so Anfang der 80er Jahre, wo er so gefragt worden ist über seine Meinung zu Amerika und zur amerikanischen Politik. Und das Faszinierende an dem Video ist, dass seine Ansichten völlig konsistent sind. Also wenn er darüber spricht, also schon Ende der 80er Jahre, dass er das Gefühl hat, das Land geht den Bach hinunter und irgendjemand muss was tun und er liebt eben so das amerikanische, also die amerikanische Nation und das spezifische Pathos, das dazugehört, dann erschien er mir in diesen Videos als ausgesprochen aufrichtig. Also das heißt, ich glaube, dass da tatsächlich etwas sehr, sehr Passioniertes und Aufrichtiges in ihm drinnen ist. Also dass er da einfach, dass seine Haltungen da seit Jahrzehnten konsistent sind und dass er da nicht einfach nur ein Wellenreiter ist. Aber natürlich hat er die Zeichen der Zeit erkannt und hat das dann auch gezielt im Wahlkampf eingesetzt. Also so klug ist er natürlich, auf jeden Fall. Und auch, dass er so es geschafft hat, diesen Ball zwischen den Wählern und ihm so an den Medien und am Establishment vorbeizuspielen. Eine andere Frage ist, inwiefern er tatsächlich ein Gegen-Establishment verkörpert. Natürlich jetzt seine Feinde, die ihn da jetzt so als großen Diktator in Späh hinstellen und so ganz subtil als so einen neuen Hitler, der da jetzt die amerikanische Demokratie abschaffen wird, also vor allem unter den Linken. Die weisen darauf hin und sagen, naja, schaut euch sein Kabinett an. Das sind ja auch alles für sich Milliardäre oder Millionäre, die da dabei sind. Auch Leute, die aus dem Big Business kommen, Leute, die bei Goldman Sachs gearbeitet haben und so weiter und so weiter. Also die Frage ist, ob sich da jetzt wirklich groß was ändern wird. Man könnte darauf antworten, naja, freilich, er kann jetzt nicht zaubern, er kann jetzt nicht alles von einem Tag auf den anderen ändern. Er muss auch mit Leuten arbeiten, die da sind, die kompetent sind, die wissen, was sie tun. Viele der Kritiker von Trump sagen, gut, also jetzt kommt er und sagt, er hat das Herz für den kleinen Mann. Gleichzeitig ist er natürlich auch ein Kapitalist, ja auch ein Superkapitalist, der aber so verspricht, eine Art besseren, ehrlicheren, guten Kapitalismus zu bringen. Also nicht diesen global heuschrecken Finanzmärkte-Kapitalismus, sondern eben einen, der etwas zu tun hat mit diesen alten amerikanischen Werten, also von Unternehmertum und von eigenständiger Schaffenskraft und dass da eben die Industrie angekurbelt wird und so weiter. Und natürlich wird er dazu eine riesen Projektionsfläche, also im negativen und im positiven Sinne. Das ist, finde ich, auch so ein Ding, das man in meinem Kopf behalten muss. Sowohl seine Anhänger als auch seine Gegner sehen ihn als Projektionsfläche. Ich glaube, dass seine Anhänger da besser wissen, worum es geht und ich glaube, dass sie ihm auch mit einem guten Grund Hoffnung in ihn setzen. Aber für die Gegner ist er vor allem eine riesen Projektionsfläche ihrer Ängste. Das ist ja auch eine faszinierende Sache. Also was drückt sich darin aus, wenn so ein Kaber kommt? Was bedeutet diese Verteufelung? Und das sagt natürlich viel aus über diese Leute, die ihn als Projektionsfläche benutzen. Darf ich Sie noch fragen? Nein, die Diskussion... Mach mal nach, ja. Mir ist heute bei der Zeitung Österreich, ist mir ein schöner Artikel aufgefallen. Titel Trump-Protest, Kinos zeigen 1984 von George Orwell. Mehr als 180 Arthouse-Kinos beteiligen sich an der subtilen Aktion. Die Betonung liegt auf subtil. Da steht wirklich da, subtil. Sehr subtil. Originalton der Organisatoren. Orwells Darstellung einer Regierung, die ihre eigenen Fakten fabriziert, totalen Gehorsam fordert und ausländische Feinde dämonisiert, war nie aktueller. Ja, also das ist natürlich köstlich. Ich meine, also dieses Phänomen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, es zu beschreiben. Es ist so wahnsinnig. Da wird gegen den Trump etwas ins Feld geführt, was eigentlich seine Feinde und seine Gegner ununterbrochen betreiben. Reden wir mal, was stand hier, die Dämonisierung, die ausländischen Feinde dämonisieren. Na, wer macht denn das? Das macht ja nicht der Trump, sondern das machen ja seine Gegner, die die ganze Zeit dieses russische Gespenst an die Wand malen. Also auf eine vollkommen irre und absurde Weise. Die Regierung, die ihre eigenen Fakten fabriziert, ja, das ist dieser große Widerstreit gerade, nicht? Also kaum war diese Niederlage der Medien im Wahlkampf geschehen, kam wahrscheinlich nicht zufällig dieses Schlagwort von den Fake News auf. Also, dass da plötzlich so, und unsere Medien haben es auch natürlich sofort distanzlos übernommen, dass es da plötzlich hieß, wir, wer auch immer das ist, müssen uns gegen die berüchtigten Fake News wehren. Das ist sozusagen, könnte man sagen, der Gegenschlag der Lügenpresse, die so sagt, ja, okay, ihr nennen uns Lügenpresse, wir nennen euch Lügenpresse. Also, ihr seid die Fake News und da haben wir so diese Situation und für mich ist das immer wieder faszinierend zu beobachten, wie da zwei Seiten sich gegenseitig identische Dinge vorwerfen. Also, dass sie sagen, okay, Trump ist derjenige, der die Fakten ignoriert und fabriziert und umgekehrt sagt, die andere Seite das auch. Also, was ist mit eurem Umgang mit der Wahrheit? Und diese Sache, dass man da 1984 zeigt und das so in Verbindung bringt, ausgerechnet mit Trump, ist für Leute, die auf der anderen Seite sind und das anders sehen, natürlich genau ein weiterer Schlag in diesem, wie soll ich sagen, Psychokrieg. Ich weiß nicht, ob das einige kennen, da gibt es so in der Psychologie, der Psychiatrie einen Ausdruck, der heißt Gaslighting. Und das geht auf einen Film zurück mit der Ingrid Bergmann, der ganz toll ist, wo ihr Mann versucht, sie so langsam durch so kleine Manipulationen den Wahnsinn zu treiben, indem er so ständig Dinge verändert in ihrer Umwelt und dann so sie halt irre macht an ihren eigenen Wahrnehmungen. Und am Schluss kommt halt raus, oder es kommt halt ziemlich schnell raus, dass eigentlich der Mann der Wahnsinnige ist und ihr die ganze Zeit einredet, sie sei wahnsinnig. Und ich finde, dass dieses Gaslighting auf kollektiver Ebene ist schon ein bisschen eine Metapher für das, was so diese Medien da versuchen mit uns zu machen. Also, dass sie eigentlich versuchen, uns unsere Wahrnehmungen, unser Denken auszureden und dass es da so eine extreme Projektion gibt. Also, die zum Teil, also, wie soll ich sagen, klafft wie ein riesiger, gewaltiger Eiterpickel. Also, wenn ich diesen Artikel hier lese, da von Österreich, es ist einfach ein großartiges Beispiel, dass da eben alles, was da dem Trump vorgeworfen wird, der andere Seite genauso vorgeworfen werden kann. Und wenn da so ein Zustand erreicht ist, also, wo man fast schon, ja, wie gesagt, wo man sich fast schon so in einer Art Psychokrieg befindet. Und das sage ich jetzt nicht leichtfertig. Es ist schon eine Art der Manipulation. Ich meine, andersrum, weil letzte Woche haben vielleicht einige gesehen den Rüdiger Safransky, als der da im Metro-Kino sprach. Und er hat ein Interview gegeben der Presse und da hat er zum Beispiel auch gesagt, dieser Islamophobie- und Rassismusvorwurf, der wird ständig benutzt, um unsere Wahrnehmungen zu verschleiern. Man will einfach eine Realität nicht wahrnehmen. Und das ist es im Grunde. Es ist irgendwie ein ständiger Krieg, den Leuten ihre eigenen Wahrnehmungen auszureden. Und das ist eben eine 1984-Methode. Also man wird so weit kommen und sagen, die Leute, die 1984-Methoden benutzen, Orwell-Methoden, kommen jetzt und sagen, ja, das sind ja Leute, die benutzen Orwell-Methoden. Also so irre ist das inzwischen. Ja, also vielleicht zu der Wahrnehmung durch die Medien. Ich habe jetzt unser Lieblingsorgan, den Standard hergenommen. Profil mag ich noch lieber. Standard am 28.03.2017 schreibt der Standard, am Montag stand in Washington die Präsentation einer neuen Regierungsstelle zum Abbau von Bürokratie am Plan. Mit der Leitung beauftragt Trump seinen Schwiegersohn Jared Kushner. In Zusammenarbeit mit Wirtschaftsexperten soll Kushner Bürokratie abbauen und die Regierung effizienter machen. Der 36-jährige Ehemann von Trumps Tochter Ivanka ist bereits als Top-Berater für den Präsidenten tätig und aus solcher auch umstritten. Das war am 28.03.2017. Am 27.01.1993 schrieb der Standard nach Bill Clintons Amtsantritt. Nur Tage nach dem Amtsantritt ihres Mannes hat Hillary Clinton schon Geschichte gemacht. Sie leitet die Bemühungen der neuen Regierung um eine umfassende Gesundheitsreform und ist damit die erste First Lady, die eine konkrete Aufgabe in der Regierung zugeteilt bekam. Die Juristin erhält ein Büro im Westflügel des Weißen Hauses gleich oberhalb ihres Mannes, bekommt aber kein Gehalt. Also da sieht man natürlich sehr schön, wie die Wahrnehmung sich im Laufe der Zeit respektive heute von der Position verändert. Und wenn man Trump, der Trump-Schwiegersohn wahrscheinlich um nichts schlechter, wahrscheinlich im Engagement wie die Hillary Clinton, welche Presse er erwartet und welche Presse natürlich dann die Hillary Clinton erwartet hat. Ja, ja, also das ist echt ein Klassiker. Das Spiel kann man auch unendlich weiter treiben. Beispielsweise auch auf YouTube kann man das finden, wenn man sucht. Da haben einige so Videos ausgegraben von Bill Clinton Mitte der 90er Jahre, wo er so ganz scharfe Reden hält gegen illegale Einwanderung nach Amerika. Und sagt, man muss irgendwie die Illegalen deportieren und man muss da strenge Regeln einführen. Und Amerika ist ein Einwanderungsland. Und er klingt halt haargenau wie Trump. Es ist im Grunde das Gleiche. Und da hast du dann, das ist so eine Rede da vor den Demokraten. Und die stehen dann alle auf und machen Standing Ovations. Und das ist wirklich verrückt, wenn man das sieht. Also das heißt, der Trump momentan, der kann einfach nichts richtig machen. Es wird an jeder kleinen Sache rumgebohrt. Sie wird irgendwie ins Negative verzerrt. Und umgekehrt erinnert man sich, wie Obama ja damals wie so eine Art Messias gefeiert worden ist und mit Samthandschuhen angefasst worden ist. Man hätte mit Obama genau das gleiche Spiel treiben können. Man hätte auch wirklich jeden kleinen Schritt kritisieren und schlecht machen können. Man hat dem Obama ja für nichts einen Nobelpreis verliehen. Das war quasi so, ich würde sagen, man hat dem Obama im Voraus den Friedensnobelpreis verliehen und dem Trump im Voraus den Kriegsnobelpreis. Und das kann man aber so ganz eindeutig belegen. Also das sind ja Dinge, die kann man auch wirklich, man kann da das berühmte Fakten checken. Das ist ja auch so ein Schlagwort geworden, gerade von denen, die die Fakten immer verdrehen. Und da gibt es auch ganz viele Beispiele. Viele haben ja mitgekriegt, wie viele Leute waren jetzt tatsächlich beim Trump seiner Antrittsrede. Wo da diese Fotos kamen, wo man verglichen hat, beim Obama da ist alles voll und beim Trump sind da ganz wenige. Und dann kam halt raus, dass das zu verschiedenen Tageszeiten aufgenommen worden ist. Oder dass da eben schlechtes Wetter war. Oder dass halt Washington überhaupt generell eine linke Stadt ist. Und dann gibt es wieder andere Fotos, wo man das aus einer anderen Perspektive sieht und da schaut alles rasend voll aus. Also das heißt, dieser Kampf um was sind eigentlich die Fakten, der wird die ganze Zeit geführt, aber er wird halt völlig skrupellos geführt. Da braucht man sich keine Illusionen machen. Also die Leute, die kommen und sagen, sie wollen Fake News bekämpfen, sie wollen Fakten checken. Man darf nicht eine Sekunde glauben, dass die wirklich an der Wahrheit interessiert sind. Ich meine, wir glauben das noch, also viele von uns haben noch so ein bisschen ein, wie soll ich sagen, viele von uns glauben noch, dass es eine Art Fairplay gibt. Dass irgendwo jemand noch interessiert daran ist, was sind jetzt wirklich die Fakten, was ist die Wahrheit. Aber ich glaube, das kann man vergessen, das ist vorbei. Also das ist nur mehr Krieg, das ist beinharter Krieg, eben eine Art von Psychokrieg. Ja, vielleicht schlagen wir jetzt die Brücke nach Europa, nach Österreich und da möchte ich gerne eine Umfrage präsentieren, die Tim Stronach Akademie im Dezember oder im November, Dezember vorigen Jahres in Auftrag gegeben hat und ist leider Gottes nicht besonders stark verbreitet worden durch die Medien, vielleicht wegen den Ergebnissen, die dabei herausgekommen sind. 50% der Österreicher sagten damals, sie sehen keine beziehungsweise positive Auswirkungen für Österreich, wenn der Trump Präsident wird. Also das muss ich vorstellen, die ganze Propaganda, die da über Monate gelaufen ist, ging an Trump und die eigentlich relativ verpufft ist. Und interessant ist, wir haben dann auch nach den Wählerpräferenzen gefragt und ich lese das kurz vor. Die größten Ängste vor dem künftigen US-Präsidenten gibt es unter den Anhängen der Grünen. Bei 9 von 10 Grünwählern löst Donald Trump Unbehagen aus. Bei den FPÖ-Wählern ist hingegen nur jeder Dritte besorgt. Über 80% der SPÖ- und Grünwähler hätten für Hillary Clinton gestimmt, 42% der FPÖ-Wähler hätten ihr Kreuz bei Trump gemacht. Kommt die Trump-Wähle jetzt nach Europa oder hat Trump Auswirkungen auf die Innenpolitik der Österreicher oder Europa, auf die EU? Naja, ich habe den Eindruck, dass Trump nicht besonders an Europa interessiert ist. Ich sehe eher, vielleicht hat er einen ideellen Einfluss, also Marine Le Pen bezieht sich ja auch stark auf ihn. Und sie hat ja auch zum Teil die Slogans von Trump übernommen, auch dieser Gegensatz zwischen Globalismus und zwischen Nationalismus oder wie man es auch nennen mag. Das kopiert Marine Le Pen gerade in ihrem Wahlkampf ganz stark, auch mit dieser Pointe, dass jetzt sie vielleicht die erste Präsidentin von Frankreich wird. Und diese Ehre, was ja so das Gimmick war von Hillary, dass sie da jetzt der erste weibliche Präsident wird. Und natürlich so gewisse Parallelen, also kann man schon sehen, im großen so geopolitischen Bereich, dass auch so von Marine Le Pen diese Annäherung an Russland, an Putin stattfindet. Das ist ja generell auch eine Tendenz, also unter den sogenannten Rechtspopulisten, dass man eben so diesen Blick eher nach Osten richtet. Und da wird man jetzt auch interessanterweise ermutigt durch den Trump. Also bis dahin, dass jetzt unsere gute Kanzlerin Merkel in Deutschland, wie ihr großes historisches Vorbild, jetzt in einem Zweifrontenkrieg ist und in ihrem Bunker hockt und von Amerika und Russland gleichzeitig in die Presche genommen wird. Aber sie wird durchhalten bis zum bittern Ende. Vielleicht noch zum Schluss, bevor wir in die Publikumsrunde gehen. Etwas, was mich persönlich ein bisschen beunruhigt hat, ich meine, wer die Vorgänge zum Beispiel in der Ukraine beobachtet hat, vor allem das, was am Maidamplatz passiert ist und wie es passiert ist und wer es finanziert hat und von wo das ausgegangen ist, müsste eigentlich, da müssten alle Alarmglocken läuten. Und jetzt gibt es natürlich auch schon in den einschlägigen informierten Medien wahre Hiobsbotschaften, unter anderem, dass in den USA eine Art Maidan gegen Trump geplant ist. Vor allem, weil Trump natürlich nicht wenig mächtige Feinde hat, unter anderem George Soros, Dick Cheney und den sogenannten Deep State in Amerika. Der Begriff Deep State wird vielleicht einigen geläufig sein, quasi, dass unter dieser Oberfläche der Regierung ein Staat, ein Deep State existiert, der die wahre Macht ausübt. Wie viel ist da eigentlich dran? Kann man das... Ja, ich glaube, dass da sehr viel dran ist. Also, dass dieser Deep State existiert, das ist jetzt wieder zum Vorschein gekommen durch die letzten Wikileaks, diese Vault-7-Geschichte, das auch auf die Titelseite der Kronenzeitung geschafft hat. Also, Dinge, die jetzt, wenn man Snowden und NSA verfolgt hat, nicht weiter überraschend sein sollten. Aber da kam eben zum Ausmaß, dass da die amerikanischen Geheimdienste, die CIA, im Grunde ohne irgendeine Rücksicht auf rechtliche Beschränkungen, im Grunde machen können, was sie wollen, überwachen können, wenn sie wollen, anzapfen können, was sie wollen. Und diese Wikileaks, die da jetzt zum Vorschein gekommen sind, geben schon einen Einblick in diesen Deep State, also diese tiefer liegenden Machtstrukturen an der Oberfläche, die natürlich garantiert einen Gegenschlag gegen Trump vorbereiten. Da bin ich überzeugt, dass das so ist. Auch die Spekulationen, ob da jetzt vielleicht so eine Art amerikanischer Maidan angeheizt wird, sind nicht fernliegend. Also, die Gelder, die da so in diese Antifa-Aufmärsche und diese ganzen Proteste kommen, die kann man alle auch auf Soros und solche Leute zurückführen. Da wird natürlich auch reingepumpt und das wird natürlich auch von jemandem finanziert und erzeugt. Also, auch der Women's March on Washington, da wird natürlich auch jemand nachgeholfen haben, auf jeden Fall. Und so, ja, also, es wird ja auch zum Teil offen spekuliert darüber, ob es nicht besser wäre, wenn Trump so einem Art Kennedy-Attentat zum Opfer fallen würde. Es ist im Februar ein Magazin erschienen in Irland, wo wirklich offen zum Mord quasi aufgerufen wird. Ja, es gab doch einige Beispiele von so amerikanischen Journalisten oder was weiß ich, irgendwelche politisierenden Filmstars oder was weiß ich, was für Leute, die dann so Scherze machen. Wäre doch schön, wenn da jemand irgendwie zur Tat greifen würde. Also, das sind zum Teil ungeheuerliche Dinge. Man muss sich das dann immer umgekehrt vorstellen. Was wäre, wenn jetzt die Hillary gewonnen hätte und die Trump-Anhänger würden sich so aufführen? Oder das wäre damals unter dem Obama so gewesen, dass da irgendwie Todesdrohungen kommen und so weiter. Also, man sieht, dass da jeglicher Maßstab verloren gegangen ist und man offenbar auch annimmt, dass, wenn es gegen den Bösen geht, dass da wirklich alles erlaubt ist. Also, ich habe ja auch gesagt, die Spielregeln sind einfach völlig umgeschmissen. Also, da gibt es keinen Halt mehr, keinen Anstand und die Frage nach der Wahrheit spielt da auch keine Rolle mehr. Also, das heißt, manche Leute meinen, wenn der Trump dieses Jahr überlebt hat, hat er Glück gehabt. Warum nicht? Ich halte das für wahrscheinlich, dass da noch was kommt. Okay, dann würde ich sagen, dann bedanken wir uns nochmal bei Martin Lichtmess vorerst. Applaus 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 Applaus